Es ist schön, hier so viele Kunden zu sehen, Partner, so viele Kunstfreude. Ein herzliches Willkommen von unserer Seite an Sie alle. Die Kalenderpräsentation findet nun zum 23. Mal statt. Begonnen haben wir in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Und heute haben wir Veranstaltungen in Größenordnung von 800 Gästen, so wie auch diesmal hier im Tag. Das Besondere an Philipp Schweiger ist, dass ihm in seinen Bildern zwei Sachen gleichzeitig gelingen. Einerseits ein nüchterner Realismus und zugleich auch eine atmosphärische Immaterialität. Es gelingt ihm auf erstaunliche Weise, mit seinen Bildern Stimmung zu vermitteln. Trübungen und Verschleierungen sowie auch die eher zurückhaltende Farbigkeit verleihen seinen Bildern den Charakter des Jenseitigen und Vergänglichen. Schweiger bearbeitet vertraute Alltagsgegenstände sowie Situationen so lange, bis sie an Konkretheit verlieren und zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion fungieren. Das alles aber werden Sie selber merken, wenn Sie sich nun die Ausstellung ansehen und die Bilder aus nächster Nähe betrachten können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen spannenden Ausstellungsutgang und noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.